Hallo, ich möchte Ihnen sagen, dass Anna in diesem Monat Geburtstag ist und wir sollten es feiern. Ja, ich bin einverstanden. Aber was machen wir? Unbann? Ich denke am nächsten Freitagabend mit einer luncheren Freundin. Ja, es ist eine gute Idee. Aber wie will ich es feiern? Es kann in deinem Haus sein. Ja, aber ich muss das Haus organisieren. Ich kann dich dabei helfen. Und jetzt, was wird von Essen anbieten? Ich habe die Lust. Meine Mutter kann uns ein besonderes Abendessen vorbereiten. Ja, perfekt. Ich kaufe den Wein und den Kuchen. Ja, danke. Ich werde die Einladungen zur Bestätigung der Teilnahme machen. Ja, danke. Ja, danke. Ich werde die Einladungen zur Bestätigung der Teilnahme machen. Ja, danke. Vielen Dank.